Schieß dem Gegner in die Fresse rein, egal ob jung, ob alt, ob groß, ob klein. Du kannst flamen, du kannst wein, dann schieß ich dir am besten noch ne Kugel rein. Schieß dem Gegner in die Fresse rein, sagt der Counter zu dem Terrorschwein. Der Gegner soll bluten, soll krepieren, jede seiner Runden verlieren. Ach, Perfekt, ich wurde zu den T's gesteckt. Ich hab nicht aufgepasst. Ich wurde zu den T's gesteckt. Oh, da oben ist noch einer drin, das gibt's ja gar nicht, ey. Oh Gott, ey. Voll der Böse. Ja, voll abgehockt, Alter. Er kennt sich wahrscheinlich nicht aus hier. Oh, der noch da. Oh, hier kommt noch ein Hund. Ich hab eh nur noch 6 HP. Nein! Ist jetzt rückwärts zu ihm hinglaufen, oder? Was? Ist jetzt rückwärts zu ihm hinglaufen, oder? Ja, nee, anders. Ich wusste nicht, dass ich Dings bin, dass ich T bin. Scheiße. Hab ich echt nicht, weißt du, diese Skins, die gehen mir so auf den Sack. Die sehen halt nicht so aus wie früher. Jetzt kannst du wenigstens Skins freispielen. Geil, Hello Kitty's gehen. Ist ja verrückt. Ey, da war, da, Alter, ich will die ganze Zeit C drücken zum, zum... Ne, wisst schon. Und ich habe, wenn ich auf Ducken drücke, habe ich permanent Duck. Das ist auch voll scheiße. Muss ich auch gleich umstellen. Aber man kann jetzt noch mehr Team wegschauen, oder? Ja. Ah, der geht zu mir. Oh, Bonne, Alter. Monster-Killer. Fürs Legen der Bombe, yeah! Alter, warum spielen wir denn nicht zusammen? Das ist ja vollkotzig. Weil's so ist und sich heute wieder nichts mehr ändern würde. Jetzt gerade könnte einer rüberkommen. Ja, nach der Runde. Ja, ja. Wie geht's mit so einem Nummer, Typ? Ja, will ich eigentlich. Das stimmt. So. Komm, Bonne. Oh, ich bin verbrannt. Scheiße. Aber irgendwer sehe ich, der hat mich hier getötet. Ha! Movis, Movis! Oh, mit Spacke, Alter. Ja, echt, Alter. Mit dem Zetter, Alter. So ein Spaß, ey. Wie lange willst du denn noch abhängen auf dem Balkon, ey? Bis ich deine Mutter gelegt habe. Oh! Alter, 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 Plastik, Alter. Oh, hab ich mich erschreckt, ey. Man geht auch rückwärts in Zimmer rein. Nein, ich hab hinten zum Links geguckt. Hält die Schnauze. Ja, zum Huhn, ne? Ja, das Huhn ist total gefährlich. Ja, genau. War schon wieder ein bisschen geil, ne? Ich brauch Anni hier erstmal klassisch-dynamisch. Grün. Klassisch-dynamisch? Dynamisch. Leidigen hier einen immer so schnell hier. Ja, das sind voll die Fotzen. Wie? Hahahaha. Halten, alles klar. Oh, Plastik, fantastic. Plastik, fantastic. Darf ich nicht wechseln? So ein scheiß Server hier, ey. Ich darf nicht wechseln. Ich muss bei den Tee bleiben. So scheiße. Ich kann mir auch nur eine Deagle leisten. Jetzt machen wir hier russische Verhältnisse. Ich renne einfach hinter irgendeinem her, der eine Waffe hat. Ja, das ist auch sinnvoll. Kein Geld hatte ich. Diese Granaten! Boah, was war das denn? Da hinten mit seiner Pistole. Ja, so richtig, ey. So richtig in die Fresse. Und hier ist noch so ein Tee-Freund. Wie viele sind noch da? Zwei. Ja, toll, du. Den verlinkst neben dir. Genau, geradeaus. Oh Gott, was soll das denn? Oh, ich wollte gerade von der anderen Seite kommen und ich fist, man. Von hin? Idiot, ey. Idiot. Idiot. Idiot, ey. Idiot, ey. Ey, wen spiele ich eigentlich zusammen hier? Spiele ich alleine gegen euch alle? Ja. Ah, ihr seid Fotzen. Da habe ich doch keinen Bock drauf, ey. Smoke on the water. Bam, 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 bam. Hm. Von wo denn? Ach, oben, Alter. Gepäe. Oh. Alter, will nicht irgendeiner mit mir wechseln? Alter, ich will hier nicht bleiben. Hier sind nur Penner. Mögen dich aber, die Penner. Alter. Oh Gott, ey. Was mache ich denn da? Boah. Alter. Da kommen drei Leute unten in den Hotel. Also in die Wohnung. Nein, nein, nein. Ich habe ja da hochgezielt, aber war scheiße, die Runde. Nicht viel gerissen. Los, Virus, schneller, schneller, schneller. Und dummerweise habe ich für TS und mein, mein, mein... Virus, was machst du da? Die sind doch schon auf dem Weg zu A. Oh. Virus und Hilfen, die leben noch von euch. Gucken wir uns mal an. Geht einfach mal so A. Die Virus sich hier schlägt, mal aus der Ego-Perspektive. Oh, Virus. Geh einfach mal hier in die Wohnung rein, Virus. Weiter, 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 weiter. Virus, kauf dir mal ein Brot. Könntest du mal aufhören? Ich habe gerade über TS so ein Hey, Wake Up gekriegt. Ja, und? Ja, wer wagt mich denn ab? So, wake me up. Oh, Ronin, pass auf, Alter. Hey, Wake Up. Hey, wake up, schon wieder. Ja, du hast schon einen zweiten Monitor, kannst du nicht einfach nachgucken? Ja, ich habe TS nicht auf dem zweiten Monitor gerade. Also das... Ja, ich will jetzt noch diese Runde hier, ganz kurz. Ja, die schreiben bestimmt, du Hacker. Was denn, darf ich das nicht? Nein. Vergewaltigungss-Zoll-Doo. Was? Vergewaltigungss-Zoll-Doo. Oh mein Gott, ey. Deine Angst, das ist doch jetzt oder nicht. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Vergewaltigungss-Zoll-Doo. Warum stirbt denn der Typ nicht? Du, Fotze. Gleich drei Stimmen von einem Mann. Immer beim Nachhinein. Fuck. Was hattest du noch, Hillbilly? Bitte? Was du eben noch hattest? Standard Loot. Standard Loot ist gut. Ich glaube, ich muss das Spiel leiser machen. Ja, ey. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Oh. Ich habe doch irgendwas gehört, ey. Aber Virus lebt noch, ja. Virus lebt noch, Alter. Hängt noch Stefan B. Virus, ey. Der... Einer gegen alle. Jetzt zeig mal, was du drauf hast, Digga. Und dann diese Mütten von den Terroristen, ne? Ja, voll Asi. Oh, ja, ey. Oh, richtig. Oh, yeah. Boah, ey. Das wurde ihm doch verraten, ey. Einer von Biba Ritchie, ey. Biba Ritchie, ey. I have the bomb, yeah. I plant the bomb, yeah. Yeah. Come on and bomb with me the bomb. I am throwing smoke. Fire. Da sind zwei, yeah. Oha, wir werden alle drauf gehen. Komm raus, komm raus. Ah, fuck. Nur einen erwischt. Ich habe mich. Ja, ich habe gesprayt wie ein Blöder. Aber wie geil ist denn das, dass man jetzt den Molotov-Cocktail löschen kann? Mit einer Raufgranate. Ist ja voll lustig. Die Maschinenunierungen. Was kaufe ich denn jetzt mal so? Ne, ich lasse mir jetzt Zeit hier. Ganz gemütlich mach ich das. So, Leute. Ich kaufe immer noch. Und immer noch. Nein, Quatsch. Hab schon aufgelöst. Das kann so fun. Ich bin Holger. Ich bin nur hier Explosiven. Ich bin Gorfest. Ich bin dran, ja. B researchers. Ich bin die Shirin. AF-CAM. Granite! Schmuch! Bane! Bane! He. He. Fünf Jahre, also Arnstein! Warum habe ich den denn nicht? Kannst du bei Inventar aussuchen? Ach du Arnstein. Inventory, mal gucken. Oh yeah! Neh mich auf! Weil ich so cool bin. Einfach auf Inspekt oder was? Display Display. Ja, hab ich gemacht. Jetzt bin ich auch cooler Typ. Genauso cool wie alle anderen auch. Irgendwie seh ich hier kein Land mehr, weil ihr 5 seid, ich komm immer noch nicht zu euch. Irgendwann musst du doch mal Bots kriegen. Ja, 16. I am through in a blood bank. Throw in fire. Tja, ich hab schon mal. Banane, alter. Der hat auf ne Banane ausgerutscht. So, der letzte. Ne Banane. Hm. Fuck! Hab dich aber auch erwischt. Ja. Oh, was ist denn jetzt los hier? Warum bin ich denn hier? Na endlich hab ich Freunde. Wird ja auch mal Zeit, dass ich hier Freunde kriege. Pfff. Schau, jetzt, jetzt. Schau, der mag ich immer noch nicht echt. Ach, scheiße, der gehört zu mir. Auch nicht schlecht. Komm, ob ich mal die Bombe, geht das los hier? Ja, ja. Hat er mich gefistet, ey. Gummela, 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 fiste. Alright. So. Oh, kam er oben lang? Hinten. Okay. Je manche missbrauchen. Immer schön drauf hoppern. Los geht's, meine Freunde! Los geht's! I am throwing a grenade! Pony, Alter! Pony ist ganz schön weit schon! Pony ist schon Mitte beim Heuwang! Fuck! Errischt, errischt! Kann doch nicht sein, dass du immer um die Ente kommst, Mann! Entscheidungsrunde! Let's go! Okay, Pseudo, jetzt ganz chillig, Alter! Alle weg, Polz! Gar kein Problem! Weißt du, jetzt mach ich mal... Überraschendes! Nee! Loll! Jena ist voll am Kopf getroffen! Oh, fuck! Dem einen hab ich erstmal hier schön Kopfschmerzen verpasst! Alter, du hast... Ja, ja, du hast mich auch auf drei runtergekantet, du Arsch! Ah! Mh... 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 Bäh! Oh! Mh... Yes! Entscheidungsrunde! Bringen sie einen Schalldämpfer an! Ach, warum denn nicht? Schaden kann's nicht! Ach, scheiße, zu hoch! I am throwing smoke! Grenade up! Ach, scheiße, zu hoch! Oben noch einer! Ja, gesehen! Hab ihn! Unten! Ist er immer noch da? Ich weiß es nicht! Tür aufpassen! Oh! Kommt rechts durch die Wohnung! Ah, hab ihn nicht gesehen, Alter! Ja, da standen noch drei Stück! Ach so! Was ist das denn alles? Wir haben eine Kiste! Wir haben eine Kiste! Wir haben eine Kiste! Ja, was hat man dafür? Alter! Nuke! Nuke! Sieben! Sieben! Ja! Lass mal eine Runde nuken! Lass mal eine Runde dupen!